Herzlich willkommen! Ich möchte euch heute das Tamashi von Cevivi vorstellen. Kein brandneues Schneideisen, aber wie ich finde, eins der optisch schönsten Outdoor-Messer der letzten Jahre. Wir haben ein Bob-Tersiola-Design. Vielleicht kurz zu Bob-Tersiola. Wird sicherlich nicht zu Unrecht als Vater der taktischen Klappmesser bezeichnet. Und ja, vielleicht nur so viel am Rande. Sein populärste und gleichzeitig erfolgreichste taktische Klappmesser ist ja das ATCF oder besser das ATCF. Heißt glaube ich Advanced Technology Combat Folder. Interessanterweise ist das auch sein erste taktische Design für ein Klappmesser. Wie gesagt, so viel nur am Rande. Und auch in diesem Messer hier im Tamashi finden wir also eine Menge typischer Design-Elemente Tersiolas. Wie gesagt, es ist also hier eine hervorragende Kooperation zwischen Cevivi und Tersiola. Aber bevor ich ein bisschen näher auf dieses Messer eingehen möchte, zeige ich euch einfach mal ein paar Praxisaufnahmen. Wie gesagt, es ist auch ein bisschen näher auf dieses Messer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 dass ich mit dem D2 bisher sehr gute Erfahrungen gemacht habe, dass er sehr schön die Kante hält, dass er sehr schneidfreudig ist. Klingform. Und das ist für mich, sage ich mal, bei diesem Messer absolut ein optisches Highlight, ist also diese japanische Tanto-Form, die mir, wie gesagt, sehr gut gefällt. Ja, geliefert wurde Tamashi hier mit dieser Kaidex-Scheide und dem Zivivi-eigenen Gürteladapter, sage ich mal. Zur Kaidex-Scheide, wir haben also hier zum einen ein Drainage-Loch, was ich sehr gut finde, damit auch Feuchtigkeit, sage ich mal, hier auch ablüften kann, beziehungsweise entweichen kann. Die Kaidex-Scheide selber ist also sehr passgenau gearbeitet, gefällt mir sehr gut. Das fängt an beim Klicken, wenn das Messer also in der Scheide einrastet und wir haben hier weder ein Wackeln noch, sage ich mal, das Gefühl, dass dieses Messer hier aus der Kaidex-Scheide herausrutschen könnte. Gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Wir haben den Gürteladapter, den man über diese Schraube hier vorne entsprechend der Gürtelbreite auch problemlos einstellen kann, sodass das Messer also auch am Gürtel sehr sicher sitzt. Ansonsten kann ich ja hier mal kurz zeigen, ist im Lieferumfang obligatorisch dieses Mikrofasertuch und die Möglichkeit, hinten bei diesem Lanyard-Tool noch diese Lanyard heranzuknüpfen. Ja, vielleicht zum Schluss noch den einen oder anderen Größenvergleich mit anderen Outdoor-Messern. Da haben wir zum einen was von der Länge, ja, nicht mehr oder weniger, ich glaube, das müsste identisch sein, mit Kanspol von Moraneif, was übrigens auch ein sehr, sehr fähiges Outdoor-Messer ist. Vielleicht noch ein Vergleich mit meinem Rino, ein klein bisschen kleiner, wirkt dadurch natürlich auch ein bisschen kompakter. Ja, vielleicht so viel zu dem einen oder anderen Größenvergleich. Mein Fazit vielleicht zur Tauglichkeit werde ich jetzt hier noch nicht allzu viel sagen, weil es, wie gesagt, in der Praxis im täglichen Gebrauch ich noch nicht so viel im Einsatz hatte, da es erst vor kurzem den Weg zu mir gefunden hat. Aber für mich definitiv ein optisches Highlight, was, sage ich mal, auch gerade von der Verarbeitung her sehr gut gelungen ist. Und wie gesagt, so diese Nähe zu so einem japanischen Tanto, die gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Es ist Bob Tersiola, also wirklich hervorragend gelungen. Und ja, so viel vielleicht von dieser Stelle. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao, ciao.